Früher warst du ganz sicher, es gibt so viele Möglichkeiten wie Sterne am Himmel. Und sie alle sind zum Greifen nah. Du dachtest, ich folge einfach meinem Herzen, denn dort müssen sie sein, die großen Ideen. Und du hattest immer jemanden an deiner Seite, um sie zu verwirklichen. Für dich konnte die Welt gar nicht groß genug sein. Du bist hier, um sie zu entdecken und zu verändern. Und heute weißt du, es stimmt alles davon.